Moin Leute, ich bin jetzt hier bei den Häusern von 100 Wasser. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. 100 Wasser Village heißt das. Ich kann nicht alles aufnehmen, aber ich versuche es euch. Sehr schön. Also Wien ist toll, Leute. Danke. Danke. Hört euch mal die Wiener an, wie die reden. Sehr schön. Wie heißt das Haus? 100 Wasser Gravina Haus. Gut zu wissen. Das ist der gute Herr. Ja, ich versuche mehrere 100 Wasser Gebäude aufzunehmen, aber mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, das war es dann auch schon. Bis dann. Ich gehe hier auch noch mal rein. Man kann hier ganz viele Sachen kaufen, Souvenire und so weiter. Ja, im Stile von 100 Wasser ist es hier eingerichtet. Das ist ganz woanders gegen das Café. Ach, wie schön. Wir wollen los. Wir dreddern schon mal. Langsam. Ja, Leute. Unbedingt vorbeikommen. Heute ist auch angenehmes Wetter. Oh, die Kugel 1,80 Euro. Ups! Ups! Die Kugel 2,80 Euro. Ja, ich schluss. Ich schluss. Das war die Kugel 2,80 Euro. Das ist alles gut. Es tut mir, ich schluss. das sollte reichen